Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es für euch einen DM-Haul nach sehr langer Zeit. Ich war mal wieder in der Drogerie einkaufen und ich habe mir wirklich sehr tolle Produkte gekauft, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dem Haul an und bleibt auf jeden Fall dran. Das ist meine Einkaufstüte und da sind einige Sachen dabei. Ich habe jetzt nicht, also wirklich alles kreuz und quer gemischt. Jetzt nicht nur Make-Up-Produkte, sondern wirklich Haarprodukte, ein paar Lebensmittel und solche Sachen. Fangen wir an mit dem ersten Produkt und zwar habe ich mir wieder mein Got2be Volumen Styling Powder gekauft. Das finde ich richtig toll, das könnt ihr einfach in die Haare sprühen oder einfach so ein bisschen über die Haare geben. Sieht aus wie Babypuder und dann tut ihr so ein bisschen die Haare durchschütteln und ihr kriegt wirklich ein sehr schönes Volumen oder einen sehr schönen Ansatz, vor allem wenn man einfach hier so ein bisschen platte Haare hat. Ich tupiere die Haare gar nicht mehr, seitdem ich das habe. Ich tue es einfach, wie gesagt, in die Haare drauf, drauf pudern und dann so ein bisschen, einfach so ein bisschen durchgehen, keine Ahnung. Und dann habt ihr wirklich superschönes Volumen. Finde ich sehr, sehr praktisch und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr auf der Suche nach sowas seid. Dann kommen wir zum nächsten Produkt und zwar habe ich mir hier einmal von der BM-Marke Profissimo Anti-Tabak-Duftglas geholt. Ich fand halt den Duft richtig schön, der riecht richtig schön intensiv, so ein bisschen orientalisch. Bin ich mal gespannt, werde ich auf jeden Fall jetzt benutzen. Dann kommen wir zum nächsten Produkt und zwar habe ich mir diese John Frieda Wunderkur gekauft. Ich habe diese Wunderkur schon sehr oft benutzt und ich finde diese Kur richtig gut. Also ich war wirklich sehr oft voll begeistert von der Kur, weil ich einfach, bei mir ist halt so ein bisschen Spriss in den Haaren, weil ich ja von hell auf dunkel immer war und sehr oft meine Haare blondiert habe. Und ich brauche jetzt einfach irgendwie mal so ein bisschen Pflege für meine Haare. Ich färbe zwar nicht mehr heller, habe ich gerade nicht vor, aber trotzdem, man merkt halt, die Spitzen sind bei mir sehr, sehr strapaziert und deswegen brauche ich einfach irgendwas, was die Haare sehr gut pflegt. Und ich finde diese Kur wirklich sehr gut. Die ist auch extra für Spliss und, ja, deswegen Wunderkur tiefenwirksame Intensivmaske. Nährt intensiv und repariert trockenes, geschädigtes Haarschitz vor Haarbruch. Ich benutze sowas 1-2 Mal in der Woche, also nicht jeden Tag, jeden Tag. Das ist halt so ein bisschen blöd. 1-2 Mal in der Woche. Dann habe ich mir hier von Airwigs auch nochmal so eine Farbwechselduftkerze Black Edition gekauft und ich fand das so ein bisschen interessant, weil die so leuchtet und das werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Ich habe die Sachen allen noch extra in der Tüte gelassen, noch gar nicht probiert, weil ich halt diesen Haar zuerst abdrehen wollte für euch. Und, ja, die riecht auf jeden Fall richtig gut. Also die ist echt sehr, sehr intensiv vom Geruch und riecht wirklich sehr gut. Also hier oben steht Brombeere und Wildfeige. Und wie gesagt, die wechseln die Farbe hier, wenn man die Kerzen anmacht, finde ich richtig schön. Dann habe ich mir hier ein, äh, vom Balea, ein Micellenreinigungswasser gekauft. Micellenwasser kennt ihr bestimmt, das reinigt auch wirklich tiefenreihen und entfernt. Die Haut sehr schön gründlich, ohne dass irgendwie die Haut geschädigt ist. Oder, ähm, gerade wenn man empfindliche Haut hat. Ähm, Micellenreinigungswasser, wirksame Reinigung für Gesicht, Augen und Lippen mit Hamameliswasser. Hamamelis ist ja ein Entzündungshemd und sehr beruhigend für die Haut. Mischhaut und sensible Haut. Ich habe zur Zeit auch, ähm, ja, sensible Haut auf jeden Fall. Meine Haut ist sehr schnell gerötet, wenn ich irgendwie, ähm, kratze oder keine Ahnung, wenn ich mein Gesicht wasche, habe ich extrem rote Haut. Was überhaupt nicht der Fall was wird. Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier gut ist. Das finde ich richtig gut zum Abschminken. Und, ähm, ja, dann habe ich mir auch von Balea diese Reinigungstücher gekauft. Ich kaufe mir sehr oft die Reinigungstücher. Wenn ich einfach mal schnell irgendwie meine Augen abschminken muss oder meine Lippen, ähm, benutze ich eigentlich die Weiß-Rosa, nennt es mir empfindliche Haut. Aber die sind jetzt, ähm, auch mit Zellenreinigungstücher wirksame Reinigung für Gesicht und so weiter. Werde ich jetzt mal probieren. Ich denke aber, die sind ganz gut, weil ich finde diese Reinigungstücher von Balea richtig gut. Zum Beispiel die von Balea mag ich, äh, vom BB mag ich überhaupt nicht. Meine Haut, ähm, reagiert voll empfindlich darauf. Deswegen benutze ich immer die von Balea. Dann habe ich mir hier Kokosmilch gekauft. Ihr fragt euch bestimmt, was ich das brauche, aber keine Ahnung. Ich habe schon einige Videos gesehen, in denen man einfach so zum Kochen Kokosmilch benutzen kann und, ähm, zum Backen und so weiter. Und ich habe gedacht, ich hole das mir jetzt einfach mal und probiere mal so ein bisschen oder experimentiere mal so ein bisschen rum beim Kochen. Als nächstes zeige ich euch was richtig Tolles. Und zwar ein zauberhaftes Haarparfüm für einen besonderen, ist, was lese ich denn? Für ein bezauberndes Dufterlebnis. Kennt ihr das, wenn ich mich einparfüme, dann sprühe ich komplett über ein Parfüm, sogar auf meine Haare, von oben bis unten. Oh, das riecht voll gut. Voll schön frisch. Riechst du das? Dann habe ich hier noch als nächstes ein Perfect Face Prep & Fix Spray gekauft von P2. Ich glaube, das ist so ähnlich wie der Fix Plus von MAC. Ich wollte einfach mal das probieren. Die Farbe hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen angefixt, weil es pink war. Und dann habe ich mir gedacht, muss ich mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja auch gut. Und ich finde eigentlich, das war jetzt immer ganz gut für Lidschatten. Ich trage die einfach so ein bisschen auf den Pinsel auf. Und dann tue ich damit sozusagen den Lidschatten auftragen. Dann ist er viel intensiver und hält auch sehr lange. Als nächstes habe ich hier eine Heilerde von Louros. Das habe ich mir schon ein paar Mal gekauft. Ich habe das jetzt einfach gekauft, weil meine Haut, wie gesagt, gerade so ein bisschen rumspinnt. Und ja, ein paar Unreinheiten auftreten. Und das benutze ich so ein bis zwei Mal in der Woche. Mach es einfach auf die Haut drauf. Lass es zehn Minuten einwirken. Ich kann es auch aufs Dekoll-Tee drauf schmieren. Und danach wieder abwaschen. Dann habe ich hier von P2. Ich finde, das ist so ein Dupe. Von Benefit gibt es so einen Highlighter. Perfect Face Glow-Up Highlighter. In der Farbe Pearl Rose. Und ich finde, der kann sich wirklich sehr gut verwenden lassen in der Haut. Ich finde, das ist wirklich ein sehr schöner Highlighter. Was man auch machen kann oder was ich auch sehr oft mache. Ich trage erst einen cremigen Highlighter auf. Und anschließend gehe ich mit einem Puder-Highlighter drauf. Und dann hat man wirklich einen sehr schönen Highlight und sehr schön intensiv. Dann habe ich mir hier die Blush Artist Shading Palette gekauft von Catrice. Ich fand die Farbtöne richtig schön. Ich habe hier die Nummer 020 Core All I Need. Also es soll irgendwie heißen Coral, All I Need. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind es sehr schöne Farben. So, ich habe jetzt die mittlere Farbe ein bisschen drauf gemacht. Die ist wirklich sehr intensiv. So, dann habe ich mir hier noch diesen süßen kleinen Hundi gekauft beim DM. Der war im Angebot. Für, ähm, gucky, für wie viel warst du denn mal geworden? Für 3 Euro, gell? Und dann habe ich dich ganz schön gekauft. Der ist so süß. Ja, 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 du Baby. Baby, Baby. Gib mir einen Kuss. Der läuft hier die ganze Zeit rum. Ich muss ihn euch einfach zeigen. Der ist so groß geworden. Wisst ihr noch? Als der so klein war und ich ihn in der Kamera gehalten habe. So, dann zeige ich euch hier Produkte, die ihr bestimmt schon kennt. Und zwar sind es diese Color Tattoos. 24 Hours Eyes of Your Creamy Months, bla bla bla, von Maybelline. Und zwar habe ich mir hier die Farbe Cream de Rose gekauft in der Nummer 91. Ist wirklich fast so ähnlich wie Painterly von MAC. Also wirklich fast ähnlich. Also ihr könnt den auf jeden Fall als Dupe nehmen. Und dann habe ich mir hier die Farbe gekauft. Die habe ich noch nicht. Und zwar ist es die Creamy Beige 98. Sind aber auf jeden Fall matt. Und die werde ich dann auch nur für matte Lidschatten verwenden. Also nicht Glitzer oder so. Weil es sieht nicht gut aus. Und die Farbe hat der dann auch nicht so gut. Dann habe ich mir hier nochmal so einen Lidschatten gekauft. Oder so ein Pen. Und zwar ist es auch der 24 Stunden Perfect Stay Eyeshadow Liner in das Farbe Creamy Taupe. Den habe ich sogar schon mal gekauft. Den habe ich mir jetzt nachgekauft. Und ich finde die Farbe richtig schön. Und was ich richtig gut finde, die sind so schön cremig. Das ist die Farbe. Weil ich benutze ihn sehr oft als Lidschatten. Seht, den habe ich mir auch gleich in Silber gekauft. In Silber ist er auch sehr schön. Das sind die zwei Farben. Ich finde die sehr schön. Als nächstes habe ich hier einen Kajalstift in der Farbe. Das ist ein 2 in 1. Und zwar Kajal und Kontur. Den kann man einfach so schön auf die Wasserlinie auftragen. Der ist nicht weiß, sondern so schön beige. Der ist wie gesagt nicht ganz weiß, sondern einfach so schön rosé nude. Finde ich schöner. Und sieht auch natürlich aus. Und natürlich habe ich mir auch Lippenprodukte gekauft. Ich fange jetzt erst an mit dem P2 Lips to Cheeks Smooth. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Sieht aus wie so ein Liquid Lipstick. Ich fand halt die Farbe richtig ansprechend. Weil ich liebe solche Farben. Salud to Love. Eine sehr schöne Farbe. Das ist genauso mein Geschmack. So ein richtig bäriger, dunkler, lila Ton. Oder Bordeaux Ton. Sehr schön auf jeden Fall. Und dann habe ich mir noch eine sehr schöne Nudefarbe. Von der Marke Trended Up High Shine Lip Gloss. Und ich finde sie richtig schön. Das ist die Farbe. Das ist so ein bisschen freundlich. Nude. Ich habe die Farbe im Moment. Ich glaube 65 geholt. Boah, der riecht richtig gut. Oh Gott. Man sieht es gerade nicht viel. Weil ich habe schon ein bisschen Lip Gloss drauf. Ja, man merkt keinen Unterschied. Aber das ist eine sehr schöne Farbe. Finde ich gut als Top Coat für den Lippenstift. Oder als Gloss zu sein. Wie beim Lippenstift. Ich benutze sowieso Lip Gloss nie alleine. Also wenn, dann tue ich meinen Lippenstift. Und dann tue ich halt den Lip Gloss noch drüber. Finde ich schöner. So, meine Lieben. Das war mein DM-Hall für euch. Ich hoffe, dass euch die Produkte gefallen haben. Und dass euch irgendwas so ein bisschen angesprochen hat. Ja, falls ihr irgendein Produkt davon schon habt. Dann könnt ihr mir auch gerne eure Meinung dazu schreiben. In den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen Video. Und bis bald. Tschüss.